Was?! Was?! Ja 6-3 verloren. Wenn die scheiß Call machen. 6-3 verloren bro. Gebrochen. Woa. Oh woa. Ahaha! 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 Oh mein Gott. Gündoar dazwischen. Es geht mit dem Abschluss weiter. Was ist das gerade für ein Dribbling? Das ist so nice. Mach immer ein kurzes Ecken mit dem Lautaro, haut das Ding rein. Was war denn das denn? Lief doch einfach mal nach außen, Johan Son! Dancing on the broken glass. Was soll ich so tun? 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 Ey, war klar, Mann! Natürlich hält der Keeper alles! Das ist ein Ball, der hätte safe reingehen müssen! Der war so gesp... Der war so gut gespielt! Was? Was ist mit Tavenier los? Lul! Bruder! Ich glaube, Tavenier... Ich hab gesagt, sein Bein ist gebrochen, oder? Lul! Und der Ball geht noch durch seinen Arm durch! Ja! Wow! Das solltest du nicht gewinnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, Nico! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben die gewinnt! Von dem anderen... Ja, guck mal, die machen nicht mehr weiter. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich kann es nicht lesen. Ist hier irgendwas Geiles dahinter? Wir schauen rein. Wir schauen rein. MAP! MAP! Und von Birthday Simon! Wir sind da! Wir sind da! Boom! 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 Wir sind noch in der Wäsche. Wir sind noch in der Wäsche. Oh! 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 Ich kann mein Trikot nicht wechseln. Ja, gut. Hallo! Guckt euch das schon wieder an. Das ist schon wieder EA Sports. At his best. Ich kann nur Trikot 1 wählen. Couscous EA Sports. Guter Laden. Clip! Gar kein Plan davon. Oh mein Gott! Oh! 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 TEAW denn wechseln. Nein. Oh! Oh! Und dann? Das ist wieder ein Unternehmeron. Junge. Ja, oh Gott. Ikin. Ikin, glaub ich. Litman. Vielleicht Moments sogar. Ich hab's nicht genau erkannt. Moments, Litman. Ich hab's gesagt. Wir ziehen heute eine Ikin. Ich hab's gesagt. Digga, ganz ehrlich. Dieses Spiel, Digga. Es ist einfach so behindert. Ja, du bist so cool da außen. Ja, dummer Hurensohn, Alter. Wirklich. Was? Was, Digga? Was, was? Was war das, Digga? Ich hab aus Versehen L1 gedrückt, weil ich meinen Spieler wechseln wollte. Wow. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mein Gebeck. Ich weiß, wie lange schon jemand da war. Ich weiß nicht. PAM! Freunde, Luftfahrt, Kommando, Cristiano Ronaldo ist wieder am Start. Hochspringen, Brust raus, Nackenmuskulatur anspannen und PAM! Kopfball machen. Abfahrt. Oh, äh, David, kannst du mir das klippen, bitte? Und weiter machen. Ich überrasse dich, weiter durchspielen. Boah! Guck's dir an, Digga. Guck's dir an. Digga, was machst du da mit Notarro? Ja? Geh durch. Komm. Frankra... HAH! Oh, mein Gott, NEEIN! Gönn doch, Nembapir, Digga! Gut dazwischen gegangen, im eigenen Sechzehner. Bokba. Oh, viel bleibt jetzt. Bok... Pfosten. Der Kerl ist... Schuss zur Führung. Das war eine gute... 93, Spacko, vielen Dank für deinen Follow. Paco, Digga. Achso. Alter Beppo, Junge. Ach, Lul. Paco, tut mir leid. Das war nicht so gemein. Alter, nein. Ach, Beppo, du flau. 93, Spacko. Entschuldigung, Paco. 93, Paco, vielen Dank für deinen Follow, Digga. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.